Herzlich Willkommen zur Aufgabe der Woche. Diese Woche geht es ums Fach BWH, ist relevant für alle Industriemeister, Kraftverkehrsmeister und Logistikmeister, wird euch 1 zu 1 so wahrscheinlich in der BQ-Prüfung auch vorkommen. In der HQ kann es drankommen, muss aber nicht, also im Fach betriebliches Kostenwesen vielleicht alle 2-3 Jahre mal. In der Aufgabe dieser Woche, die so ungefähr 14 Punkte geben würde, geht es um Felix. Felix hat in seiner 40-Stunden-Woche die Vorgaben genau erfüllt, hat 700 Euro verdient, arbeitet im Akkord und er erhält einen Grundlohn und einen Akkordzuschlag. Wir sollen jetzt den Akkordgrundlohn bestimmen und die erreichte Stückzahl pro Woche bei einer Vorgabezeit von 40 Minuten pro Stück. Und wir fangen an mit dem Akkordlohn bzw. dem Akkordgrundlohn pro Stunde. Dafür brauchen wir im ersten Schritt mal den Akkordlohn pro Stunde. Da gucken wir uns dann an, okay, was haben wir überhaupt verdient, den Akkordlohn und teilen das durch die Anzahl der geleisteten Stunden, das heißt, wie viele Stunden hat Felix jetzt gearbeitet. Die Formel findet ihr auch in der Formelsammlung der IHK, die ihr in der Prüfung benutzen dürft. Wir gucken uns das dann mal an, 700 Euro pro Woche. Wir arbeiten 40 Stunden pro Woche, kürzen die Wochen raus und haben dann einen Akkordlohn pro Stunde von 17,50 Euro. Das ist aber der Akkordlohn. Wir suchen ja, und das ist jetzt ganz wichtig, dass ihr das beachtet, den Akkordgrundlohn. Und dafür gibt es auch in der Formelsammlung eine nette Formel, dass der Akkordrichtsatz, der Akkordgrundlohn plus der Akkordzuschlag ist. Ich bin ganz ehrlich, ich nutze die Formel ungern. Also können wir von mir aus auch gleich rausstreichen, weil wenn wir verstehen, dass jetzt diese 17,50 Euro, die wir haben, 120% entsprechen, also der Grundlohn, die 100% plus die 20% Zuschlag, können wir das einfach über einen Dreisatz rechnen. Da gehen wir dann hin, 120% durch 1,2, auf der anderen Seite 17,50 Euro durch 1,2 und dann gelangen wir auf unsere 100% und das ist dann unser Akkordgrundlohn. Und der entspricht dann hier 14,58 Euro gerundet und das ist dann auch schon die Lösung zu der Aufgabe. Und damit haben wir den ersten Aufgabenteil schon gelöst und können dann direkt weitermachen mit dem zweiten Aufgabenteil, der Stückzahl pro Woche, die wir da ermitteln sollen. Wir wissen jetzt, wie viel wir arbeiten. 40 Stunden pro Woche, 40 Stunden pro Woche, das sind 2400 Minuten, weil in jeder Stunde schlecken 60 Minuten, rechnen wir mal 60. Also haben wir 2400 Minuten, die wir in einer Woche zum Arbeiten nutzen. Und wir wissen, dass wir eine Vorergabezeit von 40 Minuten pro Stück haben und dann teilen wir unsere 2400 Minuten pro Woche, die wir da haben, durch die 40 Minuten, die wir pro Stück haben und kriegen dann eine Stückzahl von 60 Teilen raus. Somit lautet dann für B die Antwort oder für den zweiten Aufgabenteil, dass wir 60 Stück pro Woche produzieren und das war die Aufgabe der Woche wieder. Ist, finde ich, eine ganz angenehme Aufgabe, weil man einfach so diese Struktur sich merken kann. Man muss halt den Unterschied zwischen Grundlohn und Akkordlohn verstehen und ein bisschen den Dreisatz. Dann kann man das auch entspannt ohne komplizierte Formeln, sondern einfach ein bisschen mit einem Verständnis lösen. Ja, das war sie, die Aufgabe der Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.